willkommen zu einer neuen folge pokémon go auf meinem kanal ramses der dicke beziehungsweise eine folge ramses minus das gbl format ja für mich für mich weil ich mache das damit ihr guckt was ich da mache und dann gebt ihr immer tipps und sagt mir wie man es besser macht das ist ramses minus das ist kein chilling plus das ist ramses minus die neue season hat begonnen ich habe noch nichts gemacht damit ich irgendwann mal was machen kann nebenbei beim fernseh gucken muss ich erst mal hier für euch einmal superliga spielen ich mache das immer so eine stunde ungefähr und reg mich dann auf weil ich schon wieder so lange raus bin ich mache immer bis rang 21 dann geht es ja um punkte da komme ich da gar nicht mehr klar deswegen habe ich jetzt versucht erstmal superliga ein superliga video zu machen eins für die hyperliga eins für die meisterliga je nachdem was dann gerade dran ist wir starten in der superliga und ich möchte mal ganz kurz zeigen diese fünf pokémon habe ich jetzt hier in diesem pool drin die ich so oft ausprobiert habe normalerweise habe ich ja immer mit dem dioxis angegriffen hatte den im lied ja die oxys mit konter steinhagel psi schub dann habe ich immer ein azumarill drin gehabt das ist jetzt hier blubber hydropumpe und knuddler und dann habe ich ein registier gehabt mit zielschuss fokus stoß und eigentlich lichtkanone ich habe jetzt eben aber eine top lade tm ausgegeben für blitzkanone weil jeder sagt spiel blitzkanone spiel blitzkanone ob mir das jetzt was bringt oder das für ein lachs war sehe ich jetzt gleich das habe ich mal ausprobiert ein mosquito aber mit dem komme ich nicht zurecht das ist ein cooles pokémon aber gbl technisch ist ist mir das zu 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 besonders und dann haben wir hier noch ein meditales mit konter eis sieben steigerung sieb hätte man vielleicht trotzdem mit psycho spielen habe ich jetzt hier nicht drauf ich möchte jetzt heute habe ich das mal so gemacht dass ich meditales von rein nehme dann azumarill und dann registier also die oxys lied bleibt erst mal draußen will jetzt erstmal das so in ruhe probieren das ist also das team was ich jetzt gerade hier habe und ihr seht insgesamt habe ich also drei millionen staub verdient 14 ist die längste serie insgesamt 2500 kämpfe 1400 siege ist okay sagt man mal beim letzten mal auch 131 siege 214 kämpfe längste serie 9 eis ist immer das wo ich dann rumtümpel jetzt 0 0 0 0 0 0 0 0 wir wollen jetzt rein starten mal in die superliga mit dem sisi team ich habe auch hier ein bisschen das anders aufgebaut normalerweise ist ja das immer links und kleiner jetzt habe ich es auf voll bild gemacht damit es ein bisschen größer ist der kampfbildschirm aber ja der unterschied ist trotzdem gefühlt nicht da weil wenn ich mit dem iphone spiel ist der bildschirm irgendwie so dünn und langgezogen da bräuchte du wirklich schon ein ipad oder irgendwas das ist halt groß breit wuchtig ist anders kann ich es nicht machen aber wir starten jetzt mal hier rein da wird ein azumarill gespielt boah habe ich schon direkt keinen bock weil ich schon wieder gar nicht weiß was machst du damit was machst du damit nicht ich kann aber hier auf eishieb gehen gucken was eishieb macht wenn ich azumarill sehe bin ich immer bestrebe auch azumarill zu nehmen das ist das hier der lkw das lkw rennen ist zwei azumarill gegeneinander ich wechsle jetzt auch einfach mal ins rein hoffe der lässt sein drin und wechselt nicht raus denn ich hasse das immer wenn er wenn ich zuerst wechseln muss und er dann wechselt er wechselt immer hinter mir rum und dann macht er mich immer kaputt aber wenn er drin bleibt und ich auch drin bleibt dann ist mir das eigentlich ganz recht so der hat ja auch hydropumpe drauf so wie ich scheint absoluter profi zu sein vielleicht lerne ich ja was von meinem gegner so einmal knuddler gesetzt richtig drauf gebätscht selbst wenn er jetzt knuddler hat müsste ich ja natürlich überleben er ist ja auch nicht gestorben schilden also mal nicht wir lassen es einfach mal durch er kommt wieder mit hydropumpe und vielleicht jetzt ab soll ab soll ab soll unlicht unlicht fee wasser irgendwas keine ahnung jetzt bräuchte ich kampf ich will mal meditalis zurückhaben warum wechselt er jetzt raus und der wert ab warum macht er das ich kann gerade nicht wechseln oder kann ich jetzt wechseln jetzt kann ich gleich wechseln naja macht erst mal sein move ich möchte das azumarill aber aufheben ich glaube adi hat sich gerade ein pfötchen verbrannt weil auf der heizung rumtun so ich kann jetzt wechseln komm wieder mit meditalis rein würde sagen hallo ab soll du bist der bus was hast du jetzt vor komm nicht wieder mit einem blöden azumarill da haben wir die gleiche schese noch mal macho mai er hat macho mai rein ich habe jetzt eis das ding ist ich spiele jetzt eine stunde und es wird wieder absolut freudig und wenn ich dann irgendwie ein bisschen gefühl entwickelt habe für mein team dann ist schon wieder hyperliga dran und ich muss werde da auch wieder ins kalte wasser geworfen also so ist der ablauf jedes mal ich spiele eine stunde dann denke ich jetzt habe ich langsam den dreh raus und dann ist es aber auch schon wieder vorbei also so so ist es irgendwie immer aber so ist das halt wenn man vollwertiger pvp youtuber ist und jeden tag gbl spielt und gbl videos macht dann kommst du besser rein dann kennst du dich da mehr aus guckst ja alles an ich habe eigentlich immer gefühl dass selbe team mach immer genau dasselbe da dürft ihr jetzt nichts großartiges erwarten ich habe noch ein schild ich habe auch eine volle attacke das heißt wenn der jetzt hier mal aufhört werde ich dem so eine reinsetzen das verspreche ich dem und dann habe ich denke ich mal sogar das erste direkt gewonnen ab soll es weg natsumarillis weg sein maromai ist auch gleich weg ja sieht gut aus für mich auch sehr schön meditalis jetzt hier ist ja gerade momentan in den mega raids zu finden mega meditalis so das heißt ich habe noch alle drei pro gewonnen und er ist tot er ist einfach tot er ist der beste was ist denn was ist denn das für eine unruhe hier immer 1100 kämpfe in der superliga das ist gefühlt nichts es gibt bestimmt leute die haben da schon 5000 oder so voll ich mache das gefühl trotzdem immer gleichmäßig obwohl ich die meister liege am liebsten habe schon sechs minuten ich habe am anfang so viel rumgelabert gladia roche was ist das altaria was macht der eis flug jetzt weiß ich wieso ich blitzkanone gelernt habe ob die zum tragen kommt sehen wir gleich so erst mal eis hier ja 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 Yaksa. Kennt man, wenn man auf dem Kanal ein bisschen unterwegs ist, kennt ihr Yaya Yaksa? Dann schreibt es mal in die Faxa. So, was macht der jetzt? Kann der mir stark zusetzen mit Flugmoves gegen meinen Kampf, aber ich habe doch auch noch Psyche. Was mache ich? Ich brauche den. Ich brauche den. Ich habe Angst. Er bringt mich um. Deswegen mache ich lieber weiter das. Er kommt mit Riggis Deal. Das ist richtig genial. Denn ich habe ja jetzt mein Steigerungshieb. Mann. Und kann jetzt hier noch mehr machen. Zack. Komm schnell, schnell, schnell. Steigerungshieb hier drauf. Bis du ein Move machst, mache ich noch einen und steigere mich weiter und hau dir eine in die Knorke. Genau. Dann habe ich ja trotzdem, wenn ich mein Riggis Deal habe, lassen wir das durch. Lassen wir das nicht durch. Ich schilde. Ich bin ein kleines Pusinchen. Ich schilde jetzt einfach. Ich mache noch mal so. Denke mir, dass der ja jetzt eh stirbt. Noch seine zwei Schilde hat. Ich jetzt auf den Eisstrahl gehe. Egal, was er reinschmeißt. Er dann wenigstens schilden muss oder tot ist. Ich trotzdem immer noch mein Riggis Deal habe und noch irgendwas anderes. Ach hier, das hat Sumarill auch noch da. Genau. So, du schildest. Das ist sehr schön, dass du schildest. Ich könnte jetzt rauswechseln. Aber sterbe. Erstmal sterbe ich. Was hole ich jetzt rein? Azumarill. Blubber. Riggis Deal macht ja keinen Schaden. Riggis Deal macht keinen Schaden. Aber er hat immer noch ein Schild. Ich muss Azumarill rein. Er wechselt raus. Er wechselt auf. Meditalis. Jetzt aber. Okay, dann knuddel ich dich jetzt. Du bist ja ein Kampf-Pokémon, ne? Siehst zumindest so aus. Was macht er? Was macht er? Ich hatte den vorhin. Ich konnte kaum Schaden machen gegen das Azumarill. Deswegen hoffe ich jetzt, dass er auch kaum Schaden gegen mich machen kann. Tote ich jetzt ja aus mit meinem Knuddler. Bin noch ein bisschen erkältet. Verschnupft, wie man hört. Sehr effektiv, Mann. Jetzt muss ich mich hier durchwühlen. Ja, selbst wenn der Eishieb hätte, kann der doch eigentlich nichts. Steigerungshieb? Nee. Wir versuchen den so so wegzumachen. Wenn ich jetzt Registrier reinhole, dann bin ich tot. Wir müssen jetzt hier weiter durch. So, nochmal Steigerungshieb. Genau. Weiter, 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 weiter. Weiter. Bring den doch jetzt um. Er hat aufgegeben. Er hat aufgegeben. Er hat, wir haben es schon zweimal gesagt, ihr werdet es wissen, er hat aufgegeben. 1-1-0-1. Tausend und eine Nacht. Ja, das sind aber schon 100 drüber. Deswegen dritter Kampf. Mal gucken. Siegeserien, das ist auch immer so ein Ding. Verstehe gar nicht, wie Leute das schaffen, da 50 Siege in einer Reihe hinzukriegen. Da werden jetzt die Haters wieder kommen und werden sagen, ja, das ist ja, das gewinnt ja jeder. Du hast ja gar keine Ahnung und du hast ja nur Glück, dass jetzt keiner mehr spielt und du da lauter Bots hast. Das ist nämlich immer das, die Aussage der Hater, das sind die Bots und die Bots, die lassen dich immer gewinnen, weil niemand fängt jetzt erst an zu spielen. Aber es gibt doch auch mich und ich fange jetzt erst an zu spielen. Also wieso ist es dann so unmöglich, dass jemand anderes auch jetzt erst spielt oder dazu kommt. Ich lasse mal Schlammbombe durch. Das sagt mir nämlich gerade nichts. Aber an sich mache ich gut Schaden. Ich würde also weiter meinen Angriff steigern. Ich habe sonst nichts zu tun gerade, wie ich hier stehe. Leider habe ich meine ganzen GBL-Pokémon, die ich sonst hatte, irgendwie ans Limit gepusht, auf Level 50 gezogen und so weiter. Und so musste ich mir dann andere suchen. Und deswegen sind gefühlt nur noch Shinies da, die man dann nimmt, um damit zu kämpfen. Hat nichts damit zu tun, dass Shinies ja besser sind und stärker. Das ist ja Quatsch. Also einfach nur, ich habe einfach meine ganzen Hunder da halt hochgezogen und dann haben die meistens die ganzen Grenzen überschritten für die einzelnen Ligen. Fleckmon, Bruder! Ah, ich hätte doch jetzt... Komm mal, mal ein Eishieb. Ich will mal gucken, was da passiert. Wahrscheinlich gar nichts. Das ist ein Fleckmon jetzt wieder. Das ist Wasser. Psycho. So, ein Eishieb. Und der hat abgewehrt. Das passt. Dann können wir doch jetzt Blitzkanone auf dich machen. Aber bis die voll ist, kommen wir selbst mit Wasser. Ach komm, ich hole den jetzt einfach mal rein. Ich habe den noch gar nicht benutzt. Ich will jetzt mal gucken, wie lange das überhaupt dauert, bis man eine Blitzkanone voll aufgeladen hat. Auf der anderen Seite denke ich mir, hat der doch nichts, was mir irgendwie schaden könnte, oder? Hier, Blitzkanone wird kurz nach dem Fokusstoß voll. Und er müsste jetzt eigentlich schilden, sonst grillt es ihn weg, hoffe ich. Blitz, er währt ab. Okay, ich habe noch zwei Schild. Ich kann also nochmal schön abwehren hier, dass er mir gar keinen Schaden macht. Den Move noch voll machen. Mache ich auch jetzt. Ich weiß nicht, was danach noch kommt. Vielleicht brauchen wir das auch noch. Joa, ansonsten war das doch gut. Der hat, der hat nichts. Nichts hat der nichts. Und ich habe noch ein Azumarill. Das heißt, ich mache jetzt diesen hier. Blitzkanone. Jetzt hat er ein, was ist er? Feuer. Knogger. Feuer und was hat der noch mit Geist drin? Ja doch, ich wäre mal ganz kurz einmal ab. Weil ich ja meinen Move voll habe. Und dann mal gucken möchte, dass ich sein, er hat glaube ich auch noch ein Schild, oder? Dass das Schild wenigstens weg ist. Er hat gar kein Schild. Okay. Ha, wieso? Das war doch voll. Es ist voll. Du drückst die ganze Zeit auf deinen Charge Move. Und es macht einfach nichts. Nichts macht es. Und jetzt ist er auch noch tot. Aber komm mal kurz rein. Du bist ja noch da. Du machst ja Blubber. Und das ist sehr effektiv. Und da freue ich mich total. Ich hoffe, er greift dich nochmal an. Wir haben gewonnen. Kein Problem. Die Kamera wird unscharf. Total freudestrahlend. Überragend. Dieser Sieg. Müsste jetzt der dritte gewesen sein. Hey, da gibt es doch gleich eine Pokémon-Belohnung. Ansonsten hätte ich ja eigentlich mal Licht anmachen können hier. Also bei der Kamera, bei dem Zeugs hier. So ein Licht, dass man das besser sieht. Guck mal, ich bin wieder scharf. Ich bin wieder zurück. Eiver scharf. Wer kennt noch den alten Namen? Trom-Borg. Trom-Borg. Mann. Komm, das ist eine Pflanze. Da Eishieb drauf. Was macht der? Der ist so schon effektiv gegen mich. Der kämpft bestimmt auch mit Geist. Samenbomben. Weiß ich wieder nicht. Mach mal mal einen Eishieb auf das Trom-Borg. Weiß, was eine Pflanze ist. Was will ich da auch sonst machen? Azumarill, Pflanze. Na, ist nix. So, wir machen das gleiche nochmal. In der Hoffnung, du bleibst jetzt hier. Er macht wieder seinen Move. Ich mach auch wieder diesen Move. Weil mit Regis Deal, da brauch ich da gar nicht ankommen, glaube ich. Der hat ja sein Geist. Tut doch meinen Stahl kaputt machen. Und seine Pflanzen machen noch mein Wasser kaputt. Aber jetzt hab ich nur dafür gesorgt, dass die Schilde rausgelockt werden. Und eigentlich trotzdem nix gekonnt. Weg. Und jetzt hat er auch noch Move voll. Das war ja bescheuert. Samenbomben. Samenbomben. Ich komm einfach mal kurz so rein. Trotzdem auf. Was hat er jetzt? Stahl? Flunschlik? Warte mal. Dann machen wir mal Fokusstoß. Ich glaub, da wird mein Angriff geschwächt. Und ich wechsle dann raus auf mein anderes Vieh. So, ich wechsle raus auf das andere Vieh. Weil das ist ja auch Boden. Jetzt kann der vielleicht ein bisschen irgendwas voll machen, um dann seine Featacke gegen das Tromborg zu schmeißen. Würde das funktionieren? Was macht er? Erdbeben. Okay. Dann fällt das Osterei zu Boden. Nein, es steht ganz gut. Bitte kein Erdbeben mehr. Tromborg, bist du aufgeladen? Was machst du? Er kommt zurück. Und er setzt einen Move ein. Bitte nichts Dummes. Samenbomben. Sind die so stark? Die sind sehr effektiv. Aber darf ich jetzt einen Knuddler machen? Und bitte verzeiht mir meine Unwissenheit. Aber bring den jetzt einfach um. Dann ist schon alles gut. Und Tod. Wunderbar. Er hat noch ein Meditalis. Was jetzt wahrscheinlich einen Steigerungssieb macht. Das ist nicht gut, weil er ist ja natürlich mit seinem Kampf gegen das Registrier, was übrig ist, sehr gut gerüstet. Das heißt, ich muss jetzt einen Move machen und ihn mit einem Move umhauen. Kampf würde ich nicht machen. Versuchen, auf die Blitzkanone zu gehen. Wie stark ist die Blitzkanone? Reicht die aus, ihn umzuwerfen? Kampf wäre gegen seinen Psychotyper nicht so gut. Blitzkanone zieht nicht alles ab. Und wir können nicht mehr Schaden machen. Der muss mit nur einem Steigerungssieb irgendwas reinhauen. Danach zweimal angreifen, dann bin ich tot. Er macht Psychokinese. Warum? Aber ich schaffe es nicht, meinen Move nochmal voll zu machen. Ah! Unverloren. Das ist Ramses Minus. Versteht ihr das Prinzip jetzt? Gut gekämpft. Nächster Kampf, Sir. Achso, das war erst der vierte. Jetzt habe ich mich gefreut, dass die Pokémon-Belohnung freigeschalten ist. Und dann, ja, macht er diesen hier. Go-Go-Gadget-Mann. Ist das wirklich dein Name? Go-Go-Gadget-Mann. Dick da. Boden. Stahl. Kampf. Boah, guckt ihr das? Der hat nur 492 WP. Da habe ich mich jetzt aber gefreut. Hier, Kikli. Du kriegst jetzt aber mal ein Eishieb. Ich hätte gerne Steigerungssieb gemacht. Irgendwie, der meint es gut mit mir. Nachdem ich gerade verloren habe, möchte er mich noch ein bisschen bei der Stange halten. Ich mache auch jetzt mal ein Steigerungssieb. Wer weiß, was danach kommt, vielleicht bringt es mir nochmal einen Vorteil. So, machen wir das auch noch. Huch, hat er vergessen noch, da rumzurühren. Angriff steigt. Abwehr fliegt und senkt. Und Lavados. Flug. Eis. Jetzt habe ich kein Eis mehr. Adi. Ist noch Eis im Gefrierfach. Schnell. Krypto-Lavados aber am Start. Das geht jetzt gut. Jetzt wäre es krass, wenn da ein Eishieb zustande käme. Ne, er macht einen Move. Ich habe zwei Schilde. Ey, da geht auch bestimmt noch der Eishieb durch. Hitze-Cola. Wenn du die Cola zu sehr in der Hitze stehen lässt, in der Wärme, wird es ein Hitze-Cola. So. Nicht die Süßgetränke in die Sonne stellen, sonst wird es ein Hitze-Cola. Ach, weißt du was? Ich mache alles mit dem Meditalis. Das ist mein neues Lieblings-Pokémon. Und ich glaube, Eishieb hat mir bisher doch gute Dienste geleistet. Weshalb ich gefühlt jetzt besser das drin habe, ja, als die Oxys. Die Oxys kann zwar dann Stein-Hagel gegen so fliegendes Zeug. Aber das ist, glaube ich, DRAGON-Ir. Wuhu, du bist der Boss. Der sieht sehr elegant aus, dieser DRAGON-Ir. DRAGON-Ir, DRAGON-Ir-Innen. Ihr kennt die Gender-Formen, die es gibt. Ein männliches, ein weibliches und ein hässliches. Ich gucke mal kurz mal an. 15, 12, 14. Dieses DRAGON-Ir wurde... Haben sie ja gleich den Ort weggelassen. Wollen ja nicht spoilern. So. Wir sind jetzt Rang 2. Es gibt ja Leute, die machen einfach... Die verlieren schnell alles, damit sie schnell Rang 10 sind. Dann fangen sie erst an zu kämpfen. Wir machen das ja hier. Wir sind ja richtig am Start. 20 Minuten für ein Set. Das heißt, in einer Stunde schaffe ich dann vielleicht drei Sets. Dürfte passen. Ich habe am Anfang ja noch ein bisschen gelabert. Hier kommt Tangel. Rang Nummer 3. Melmetal. Ich bin Kampf. Du bist Deutschland. Jetzt hau dem aber hier. Komm, 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 komm. Komm, der macht immer sehr schnell seine Moves, weiß ich. Ich habe keine Ahnung, wie sehr mich das haut. Deswegen habe ich Angst. Versuche, meinen Angriff zu steigern und weiter drauf zu hauen. Auch wenn ich alle Schilde verbrauche. So bin ich. Da habe ich Angst. Das gebe ich zu. Das ist nicht schlimm. Ihr seht, er währt ja auch ab. Jetzt geht er da weg. Hat er eine Knuddelufe am Start. Was mich voll fertig macht. Aber wir versuchen wenigstens einen. Eisibeer zu zünden und würden jetzt auf. Ich habe eh keinen Stahl mehr gegen das. Ich gehe jetzt auf mein. Razzumarill. Was mit seinem Wassergedöns irgendwie schaden macht. Was ist jetzt hier eher fertig? Was macht das? Ich weiß gar nicht, was. Aber war habe ich denn mal gegen den Knuddelufe gekämpft? Wahrscheinlich noch nie. Eisstrahl auch. Was sie alle haben. Eisstrahl. Dann kriegst du den Knuddelufe zurück. Du heißt ja Knuddelufe. Du müsstest den eigentlich. So. Du musst den Satz nicht zu Ende reden. Jetzt kannst du nochmal deinen Stahlklops reinholen. Was natürlich jetzt gemein ist. Ich kann jetzt nichts machen. Das ist doof. Ich will ihn sterben lassen. Stirbt er überhaupt? Wer überlebt es? Kommen wir doch auf Wasser. Eine Hydro-Pumpe vielleicht. Hat vielleicht mehr Sinn als Knuddelufe. Oder auch nicht. Was macht er? Hat ihn umgebracht. Okay. Sehr schön. Die Oxys. Psycho. Macht kaum Schaden. Guckt euch das an. Und es geht noch ein Knuddelufe durch. Von meiner Seite aus. Der Osterhase hat wieder zugeschlagen. So. Ein Knuddelufe. Das jetzt. Oh. Das war verdrückt. Jetzt ist er natürlich gut gegen mich. Lass uns mal durch. Der hat ja glaube ich nichts Sinnvolles. Oder? Was machst du? Steinhagel. Der hat zwar Konder. Deswegen ist das eigentlich ein bisschen effektiv. Aber kann er wieder. Lass mal wieder durch. Wir gehen jetzt hier auf. Wir gehen entspannt ran. Ich habe da eine Nase für. Dass wir dann Blitzkanone voll machen. Dafür haben wir den Move uns geholt. Dass wir den jetzt hier haben. Ich glaube ich hätte noch kein einziges Mal. Lichtkanone gebraucht. Immer Blitzkanone. Das passt. Also eine Top-Lade-TM ausgegeben. Dafür erspiele ich mir halt jetzt dann. Wenn ich Rang 19 werde. Wieder eine. Und schon hat sich die Season gelohnt. Habe glaube ich acht Stück eh auf der Hand gehabt. Weiß gerade gar nicht. Was ich damit großartig machen soll. Bei Kyoko Groudon hätte ich noch was drauf geben können. Die haben jetzt durch die Höhentour ihre zwei Supermoves bekommen. Vielleicht da noch. Oder dort. Oder jenes. Violettris. Rang 2. Meditalis. Knuddelhof. Da haben wir wieder das Matchmaking schlechthin. Das heißt ich wechsle direkt mal auf meinen. Und hoffe dass der nicht wechselt. Und dann einfach drin bleibt. Der bleibt auch drin. Der braucht auch ewig um seinen Move aufzuladen. Habe ich ein gutes Gefühl schon wieder. So. Und. Zack. Einfach drauf gebreddert. Dafür wäre ich jetzt so. Ne wäre ich nicht. Ich wollte sagen dafür bin ich so fern. Lass seinen Move auch durch. Aber ne. Ich schilde lieber. Ich will doch. Ich will doch überleben. Du hast doch auch einen Knuddel. Wißt du denn. Dann stirb oder schilde. Ich bin guter Dinge. Dass ich vielleicht. Dich überlebe. Ich habe überlebt. Ich habe überlebt. Pran erwacht es. Boden. Lass ich mich umbringen. Lass ich mich nicht umbringen. Halt ich. Ich halte nochmal durch. Warte mal. Lehmbrühe. Ich habe gar nicht. Hier. Ich weiß gerade gar nicht was ich machen soll. Aber Knuddel ist voll. Egal. Ich mache einfach Knuddel. Weil Knuddel ist voll. Lehmbrühe. Ja eben. Haben wir es durchgelassen. Aus Versehen. Das hat gar nichts abgezogen. Das war in Ordnung. Wir machen jetzt einmal diesen hier. So. Warte mal. Der hat noch Schilde. Oder? Ja. Der hat noch ein Schild. Das ist jetzt weg. Ansonsten. Aber der ist Wasser und Boden. Noch nie Pran erwart es gesehen in der GBL. Was mache ich denn? Nichts. Hat immer noch ein Schild. Ach komm. Mach Steigerungssieb. 50 Mal. Und dann wirst du den schon irgendwo reinloggen. Also ich freue. Das klingt auf jeden Fall gut. Warum ist Meditalis so stark gegen ihn? Dass selbst der normale Angriff eigentlich richtig gut funktioniert. Die Lehmbrühe so gut wie gar nichts macht. Das ist ja genial. Da fühlt es auch weg. Jetzt noch mehr Schaden. Also den müssten wir jetzt richtig mitgeben. Hau ich meinen Move jetzt raus an ihm? Oder versuche ich den Rest runterzufarmen und eine Ladeattacke mitzunehmen? Oh. Ich glaube ich hau lieber den Move raus. Sonst bin ich nämlich gleich tot. Und er hat seinen immer noch. So haben wir wenigstens uns Mühe gegeben. Vielleicht den Rest hier noch weggenommen. So. Angriff steigt. Ist noch was möglich? Was kommt jetzt rein? Haben wir hier was? Ah. Da wäre Unlicht gewesen. Aber es ist auch Flug dabei. Das passt ja. Wenn wir die Blitzkanone wieder voll haben. Ich meine eigentlich müsste auch Fokusstoß funktionieren. Vielleicht. Ne. Ne. Doch nicht. Fokusstoß gegen den Unlichtanteil. Aber er hat einen Fluganteil. Also Fokusstoß dann doch nicht. Aber Blitz müsste den Vogel grillen. GBL, du bist mein Meister. Du zeigst mir so vieles und verlangst so wenig von mir. Sehr effektiv. Aber wenn jetzt Fokusstoß voll wäre, würde ich wahrscheinlich Fokusstoß machen. Das, was als nächstes voll ist, wird gemacht. Und es ist. Fokusstoß hat gewonnen. Und er greift an. Lass mich doch in Ruhe. Ich habe noch die Hälfte Energie. Ich hoffe, ich überlebe das. Bitte. Finster Aura. Weiche von mir. Einmal Fokusstoß. Weil wir noch nie Fokusstoß. Doch, wir haben vorhin einmal Fokusstoß eingesetzt. Egal. Reich. Reich. Und berühmt. Fertig. Bild schon wieder unscharf, oder? Einer. Aber es geht ja um... Eigentlich kann man den Ton auch ausmachen. Es geht ja um die Stimme. Und nicht mehr. So. Eins noch. Dann haben wir wieder den... Der, die, das... Pokémon freigeschalten. Wir können uns ja hier mal anpassen mit Grün. Macht man das Grün? Ich glaube, Grün ist viel zu überdreht. Ich glaube, ich mache es einfach wieder aus. Was ist das? Skorgro. Flug. Und... Boden. Hm. Eis. Was greift er an? Auch Flug. Ich lasse es einfach einmal durchgehen. Es könnte der größte Fehler der Welt sein. Oder es ist gar nicht so schlimm. Sandgraben. Ja, macht nix. Was Verteidigung singt? Na, warte. Ich fliege auf dein Eis. Oh yeah, du bist so. Genial. Denn jetzt ist es voll effektiv. Azumarill. Das heißt, das LKW-Rennen steigt wieder. Er hat auch nur sein Move voll gemacht und ist jetzt wieder raus. Jetzt gehe ich hier drauf und wechsle hier rüber. Und dann machen wir dasselbe nochmal da. Aber er hat schon ein Schild weg. Ich habe noch beide. Damit bin ich eigentlich ein bisschen im Vorteil, würde ich sagen. Lassen auch mal sein Move durch, den er da macht. Dann ist er eh Knuddler, wa? So, und jetzt wird zurückgeknuddelt. 14,98, 14,95. Da habe ich ja sogar höhere WP, was aber auch nichts aussagen muss. So, Knuddler. Schon im Gelben, ich noch im Grünen. Das sieht gut aus. Hat er etwa einen anderen Move als ich? Ich würde jetzt doch mal ein Schild nutzen. Hm. Eins. So, jetzt drauf. Ich denke mal, er schildet auch. Ja, wenn er doch schildet, dann wühl doch gar nicht an die Dinger rum. Dann hast du danach Dinger immer noch voll. Das habe ich vergessen, den schon wieder auszuprobieren vorher. Aber meine Erfahrungen sagen mir, dass das gar nicht funktioniert. Aber irgendjemand sagt doch, dass es geht. Ich nehme mein letztes Schild mit. Ja, macht jetzt eh nur Eisstrahl. Das war sehr gut. Er ist jetzt auch tot. Er hat jetzt richtig Stil. Ich wechsle nochmal raus. Gehe wieder auf mein Meditalis zurück. Könnte jetzt hier einen Steigerungssieb natürlich durchbringen. Den will ich jetzt retten. Da lasse ich das letzte Schild jetzt. Den will ich retten. Steigerungssieb, egal was er macht. Der Angriff wird gesteigert, selbst wenn er schildet. Danach mache ich mehr Schaden. Das klingt doch schon mal gut. Ist ein gutes Gefühl, auf jeden Fall. So, er schildet. Und jetzt bin ich richtig stark. Los, jetzt hau drauf. Mach richtig kaputt jetzt. Bevor der angreift, machst du ihn kaputt. Und jetzt bringt er mich um. Lichtkanone. So, was machen wir jetzt? Hat er dann noch was übrig? Machen wir uns gegenseitig so? Machen wir so? Machen wir diesen? Machen wir was anderes? Ach, ich komme mal mit ihm hier rein. Und mache einfach mal Hydro-Pumpe. Yo, yo, yo. So, er ist weg. Und er hat... Es ist immer noch Azumarill da. Aber es ist auch weg. Und jetzt hat er immer noch... Skorgro. Hat er was? War Flug mit drin? Blitzkanone. Komm her. Aber wir sind sehr effektiv. Knuddler ist fertig. Das heißt, wir knuddeln ihn zu Tode. Das ist das beste Mittel für alles. Kennt ihr ja. Wenn die Kinders ankommen und sagen, ich will knuddeln. Und pff. Ihr kriegt keine Luft mehr. Azumarill schon wieder. Wie oft? Zehn Azumarill holt er hier rein. Das ist unfair. Er hat mit fünf Pokémon gekämpft. Drei Azumarill und noch zwei andere. Aber kein Problem. Guckt euch die Gierspenstbrille an. Die ist so schick. Danke nochmal an den Alex. Alexander Ahringer. Der hat mir nämlich das Willow Forschungsticket gekauft. Geschenkt. Gesendet. Dadurch konnte ich jetzt die Professor Willow Klamotten anziehen. Dann habe ich mir diese dumme Brille noch dazu geholt. Die richtig dumm aussieht. Gift und Wasser. Wir lassen es mal durch. Nassschweif. Macht jetzt gar nicht so viel. Wann wird ja, wenn du Steigerungshieb machst und der Angriff steigt. Dann wird doch sicherlich, wenn du dann Eishieb machst, ist der auch krasser als alles andere. Oder nicht? Ich lasse das nochmal durch. Ich bin gerade am überlegen. Zum Beispiel zu holen. Weil Dings ist gut. Gegen Feen. Gift. Also lieber nicht. Registriere. Blitzkanone. Da müsste es ja erst wieder seine Schilde wegmachen. Hat das jetzt was? Bring das jetzt was? Ich mache jetzt mal ein Schild. Ich habe zwar keine Energie mehr. Ich mache aber trotzdem mal ein Schild. In der Hoffnung, dass ich es schaffe, noch einfach mal einen Steigerungshieb durchzubringen. Weil der so schnell auflädt. Und Steigerungshieb ist... Nein! Er macht einen Move. Aber der Steigerungshieb wäre doch voll. Ja, egal. Dann bring du mich um. Und ich komme dazu, Marill. Hoffe, du stirbst. Und habe was gegen dein nächstes Pokémon. Das ist nämlich dann ein Wasser-Psycho-Lascho-King. Wäre auch wieder Blitzkanone jetzt cool. Aber er hat ja immer noch ein Schild. Also knuddeln. Schild wegknuddeln. Hat er nicht. Hm. Hat immer noch sein Schild. Hat immer noch sein Schild. Was kann der? Was kann der? Ich fühle mich jetzt stark und groß. Ich lasse es einmal durch. Psychokinese. Jetzt mal einmal durch. Hauen weiter drauf. Jetzt Schild oder Tod. Er darf es sich aussuchen. Schild oder Tod suchst du aus. Und er hat. Er nimmt Schild. Das heißt, ich sterbe jetzt. Ich muss ihn jetzt so irgendwie versuchen umzubringen. Ich habe aber immer noch ein Schild. Ich muss dann mit der Blitzkanone. Bis ich jetzt die Blitzkanone voll habe, hat er nur noch so wenig Energie, dass es sich gar nicht mehr lohnt, die zu nutzen. Ich muss ihn also mit Zielschüssen niederringen oder was? Ach, ich mache jetzt einfach die Blitzkanone. Dann ist er tot. Und ich habe ja noch ein Schild. Das heißt, der nächste, der kommt, da kann ich einmal den Angriff abwehren und habe in der Zeit vielleicht meine Blitzkanone wieder aufgeladen. Nein, Gott, er hat natürlich Kampf und haut auf mich drauf. Aber Blitzkanone ist voll. Oder wäre da jetzt Fogestoß sinnvoller gewesen? Schwächt mich ja ab. Einmal Blitzkanone. Er lebt noch ein bisschen. Sein Angriff sinkt auch. Ich könnte noch ein Schild machen. Schaffe ich irgendwas? Er hat wenig Energie. Ich muss nur irgendwas überleben, um irgendeinen Angriff durchzubringen. Egal welchen jetzt, es würde reichen. Welcher ist es? Welcher ist es? Fogestoß ist eher fertig. Wir machen einen Fogestoß zum Abschied auf das Capoeira. Yo! Wusch! Super! Das war richtig genial. So muss das aussehen. Relaxo freut sich auch. Alles gut. Vier von fünf ausgetragen. Aber Siegeserie ist eh schon kaputt. Siegeserie 3 als längste. Ach ne, wir haben gerade längste Siegeserie 4. Nacheinander. Gewonnene. Vielleicht schaffen wir fünf. Los, Bibor. Da kommen wir wieder mit... Eis um die Ecke. Eis, Eis, Eis. Ach, das ist gar kein... Das ist ja gar kein Flug-Pokémon, nur weil es Flügel hat. Aber Eis gegen Käfer ist ja auch gut. Hoffe ich. Stachelfinale. Kenne ich nicht. Eishieb. Käfer. Käfergift. Übrigens bin ich natürlich wieder im WLAN. Was sollte man nicht machen, wenn man KBL spielt? Im WLAN sein. Weil man da die meisten Probleme hat. Aber anders geht es nicht. Sonst könnte ich meinen Bildschirm ja nicht übertragen. Macht er nochmal Stachelfinale. Das hat eben so gut wie gar nichts gemacht. Lassen Sie also nochmal durch. Gucken nochmal. Sein Angriff steigt. Ich dachte deswegen. Das ist also wie Steigerungshieb bei mir. Okay. So. Abgewehrt. Ja, sein Angriff ist ja da. Das hat er ja fein gemacht. Der schlaue Fuchs. Ja, musste mit Azumarill kommen. Was soll ich sonst machen? Käfer gegen Wasser. Stachelfinale. Wieder nichts. Steigert er sich nochmal oder was? Wie kriege ich den jetzt weg? Ich will ungern jetzt hier einen Charge-Move. Sinnlos verplembern, wenn er nichts mehr hat. Aber der steigert sich halt so sehr. Stachelfinale. Also merken. Gute Attacke. Stirb jetzt, Mann. Was kommt jetzt? Egal was kommt. Einfach Knuddler drauf. Egal was es ist. Einfach Knuddeln. Knuddel. Verlier die Verbindung. Nein. Stahlos. Wie kann er denn jetzt mit einem Stahl-Pokémon kommen, wenn ich eine Fee habe? Da muss sie jetzt aber hier rein. Da muss sie jetzt hier rein. Er hat jetzt... Oh, pass auf jetzt. Jetzt einen Fokusstoß gegen seinen Stahl-Oss. Fokusstoß am Start. Danach registriert auch unbrauchbar. Und kann nicht mehr zurück wechseln. Also das war nicht so schlau. Aber vielleicht wird es dann doch schlau. Er überlebt das natürlich. Jetzt muss ich auf Zeit gehen. Bruder. Hacher. Hacherzeit. Hacherzeit. Blitzkanone. Auch noch. Was hat er denn vor? Was macht er denn? Er hat jetzt aufgeladen. Der weiß genau. Der macht mich nieder mit all seinen Moves. Er hat da noch eine Blitzkanone drauf. Willst du jetzt hier der letzte Endboss sein? Mach ich dich jetzt fertig? Ich nehme das Schild. Ich schaffe es bestimmt nochmal. ihn. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Stirb. Du stirbst. Und hier mache ich einfach nochmal. Komm, noch ein Fokusstoß drauf. Nein. Er macht seinen Attack. Ich habe es gewusst. Aber wir haben noch Azumarillen. Wasser gegen Boden, Erdbeben, Tod und 1, 2, los, los, los. Nein. Ich habe gewonnen. Ich habe die Wurst gepackt am Zipfel. Ja, 1108. Fünfer Siegesserie. Was wollt ihr tun? 666 Staub oder so ähnlich. Ein Medi-Tea. Hoppa. Großartig. Den tut man ein. Fast 40 Minuten. Zwei Sets. Ich sage doch. In einer Stunde drei Sets. Kein Problem. Machen wir. Gibt es einen Fangort. Wir gucken mal rein. Fangort ist... nix. Wir steigern uns und sind im Rang 3. Ja. Ja, Ramses Minus ist eigentlich so. Da lernt man nichts. Da sieht man, was man nicht machen soll. Also lernt man doch was oder was. Das ist ein Unterhaltungsformat. Wie einer Selbstgespräche führt am Rande der Verzweiflung. So könnte man das sehen. Pitco. 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 Meditalis Arna Nestro. Spinne. Was ist das? Jetzt muss ich wieder auf den Typ gucken. Käfer. Wasser. Käfer. Wasser. Eis. Eis. Ähm. Ist auf jeden Fall mega groß. Und fett. Und brutal. Und ist nicht sehr effektiv. Hat er jetzt abgewehrt? Nein. Hä? Dieser blöde Käfer. Na wenn der... Da muss der ja richtig gut gegen mich sein. Schauen wir uns mal an, was er macht. Käfer gebrumm. Halbtot. Krass. Also nochmal mache ich kein Eis. Ich dachte Käfer mögen kein Eis. Aber wahrscheinlich tut der Wasseranteil wieder mir dazwischen funken. Ha ich wieder nicht. Ja nichts effektiv. Der macht ja gar nichts. Macht der ja nicht. Noch. Gar nichts. Aber egal. Ich steigere mich jetzt einfach und mache halt so weiter. Dann mach halt. Bring mich halt um. Ich will nicht jetzt wechseln. Das ist ja Quatsch. So. Quatsch mit Soße. Sagt er da. Hab doch noch ein bisschen Schaden gemacht wenigstens. Nehmen wir jetzt hier Günther. Will sich beweisen. Er macht bestimmt wieder Käfer gebrummen. Ich lasse es mal durch. Noch nie gesehen als Gegner. Käfer gebrummen. Nicht sehr effektiv. Okay. Mann ist der hibbelig. Und jetzt. Jetzt einmal Knudler. Genau. Für das bisschen Energie was er noch hat. Der wird jetzt sicherlich chillen. Naja. Du bist durch und bist tot. Und holt rein. Ein. Stahl. Ein Registilstahl. Da hole ich jetzt auch mal meinen rein. Und denke. Der macht jetzt eine Stahlattacke. Und deswegen lasse ich es jetzt durch. Kann sein. Kann nicht sein. Er macht Blitzkanone. Dann gehe ich jetzt aber trotzdem auf Fokusstoß. Mein Angriff. Warum singt denn mein Angriff? Der muss doch reinhauen und ihn kaputt machen. Ah. Hat er nochmal Blitzkanone. Er macht Fokusstoß. Er ist ja richtig schlau. Jetzt singt aber seiner. Jetzt komme ich. Ach nee. Er kann ja auch schilden. Das heißt. Er ist so schlau wie ich. Er schildet. Ich schilde alle schilden. Er sie es wie ihr sie. Schilden uns gegenseitig weg. Und er wechselt noch raus. Er ist halt wirklich schlau. Aber hey. Ist doch Kampf auch noch gut gegen Gestein. Obwohl ich ja jetzt abgeschwächt bin. Aber ich kann ja jetzt nicht wechseln. Wir haben ja schon gewechselt. Sehr effektiv. Das sieht gut aus. Jetzt würde ich gerne wechseln. Ja. Ich lasse mir den mal drin. Warum auch immer. Wechselt jetzt rüber. Hab doch jetzt Wasser. Hoffen wir, dass das Wasser jetzt ausreicht. Nein. Er macht was. Und was macht er? Macht er was mit Gestein? Macht er was? Ich habe meine Moves sogar voll. Ich sterbe mit meinen Moves. Wenn ich so weiter mache. Du bist tot. Und jetzt hier. Hydro-Pumpe drauf. Er hat immer noch Registil. Boah. Der kann Blitzkanone machen und mich grillen. Er kann was ganz anderes machen und mich grillen. Er macht bestimmt auch irgendwas. Guck mal. Knuddler ist fertig. Knuddler ist die schlechteste Option, die ich gerade habe. Und ich setze sie trotzdem ein. Aus Verzweiflung heraus. Dass es sein Schild rauslockt wenigstens. Und jetzt bin ich tot. Aber jetzt macht der seine Moves voll, bis ich reinkomme und was mache. Ich habe doch auch kaum noch Energie. Und er darf schon wieder angreifen. Das war es. Das war es. Das ist ein Fokusstoß. Den riechst du schon von Weitem. Ja, okay. War das jetzt der erste Kampf vom zweiten Set? Hat er schön gemacht. 43. Das könnte der erste gewesen sein. Sehen ja noch vier da. Also nach fünf. Ende die Siegeserie schon wieder. Riam C5. Meditalis Altaria. Alter. Alter. Alteria. Geh mal auf Eis. Flug. Und Drache. Das ist ja göttlich. Eis. Sehr effektiv. So, was macht er? Er macht was mit... Flug. Hä? Ach, ich will den behalten. Ich möchte ihn behalten. Er macht Himmelsfäger. Er macht The Road. Sieht gut. Nochmal Eis hieb. Ich denke mal, er lässt es einfach durchgehen und opfert sein. Weil er sich sagt, hey, die Schilder hebt dafür was besseres auf. Bevor er jetzt hier alles weg macht. Nö, er schildet natürlich. Also, hat mich wieder mal überrascht. Will mein Schild jetzt auch rausholen. Dann lasse ich mich jetzt aber sterben. Dann mache ich... Ich nehme jetzt seine Rolle an, die er gerade nicht eingenommen hatte. Und mache es jetzt andersrum. Weil er noch Schild hat. Natürlich holst du dir die Maus. Und die Maus macht was? Das ist Kampf. Das ist Gift. Ja, das ist einfach Knuddler. Kampf und Gift und Knuddler. Aber Gift ist doch dann wieder gut gegen Fee. Oder wie oder wo oder was. Jetzt hat er nichts mehr. Aber er hat ja immer noch Kampf. Das heißt, er könnte mir trotzdem wehtun. Ich muss schauen, dass ich gerade überlebe. Matschbombe. Das ist Gift. Ja, glaube ich. Ich muss überleben. Und einen Knuddler vielleicht gegen den Kampfanteil durchbringen. Wenn der jetzt plötzlich Kampfmoves hat aufs Registier. Bringt das auch nichts. Vielleicht hat er auch nur Matschbombe. Ja gut, er ist eh tot. So, jetzt nochmal. Oh, jetzt dazu mache. Komm, eins werde ich überleben. Obwohl, den kann ich rösten. Da eine Blitzkanone drauf. Knuddler. Mache ich auch Knuddler. Und ich wechsle dann einfach raus auf Registier. Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Der hat noch so viel. Jetzt wechsle ich raus. Weil es ist der Move wenigstens vor. Jetzt geht er rein mit seinem Altarier. Der muss jetzt so durchhalten, bis die Blitzkanone... Er gibt auf. Er gibt auf. Der hat schon gesehen. Das wird nichts mehr. Ich bin einfach zu gut. Also, Kampf 3. Ah, die Schatz schläft. Theoretisch wäre es ja vielleicht möglich, jede Woche einmal Hamza das Minus zu bringen. Aber immer an so einem Freitag oder so, wenn gerade nichts anderes ansteht. Aber das ist halt immer eine Stunde. Und dann kannst du ja gefühlt nebenbei nichts machen. Weil du ja dann immer wartest. Weil du alles zeigen willst. Als wenn du deinen Rang 21 dann fertig machst irgendwann. Und sagst, das war es jetzt. Aber eigentlich hat man ja auch Zeit. Und das würde wahrscheinlich reichen, wenn man immer nur einmal pro Woche eine Stunde kämpft. Dann erreichst du trotzdem Rang 21. Ich weiß nicht wieso. Er hat aber am Anfang einmal Reiser drin gehabt. Und hat es einfach ausgewechselt. Also, weil ich Kampf habe gegen Eis. Und holt jetzt einen Flugdrachen. Damit ich Eis habe. Genial. So, so was möchte ich bitte haben. Jetzt hat er auch gar kein Schild mehr. Vielleicht kriege ich nochmal mein Eis voll. Das heißt, ich habe dann meine Schilde alle weg. Er hat seine Schilde alle weg. Wir sind beide bescheuert. So musst du das machen. Himmelsfeger. Und jetzt bitte einen Eishieb, der durchgeht. Und dann lass mich die restliche Macht dann auf einen Reiser ausüben. Stirb. Nein, er lebt noch. Nein, er lebt noch. Und ich bin tot. Ja, was mache ich jetzt? Dasselbe nochmal. Ich hole den Günther wieder rein. Der muss jetzt alles aushalten. Der muss den Himmelsfeger wegstecken. Das war Reiser nicht zufällig. Neben Eis auch Wasser. War da nicht was? Ach, jetzt fängt der an mit Azumarill. Gegen Azumarill. Meins darf zuerst, weil meins ist gelb. Das ist die Devise. Wenn du siehst, es ist schon gelb, dann wird es Zeit zum Wechseln. Natürlich wieder mehr. Mehr, mehr, mehr. Das ist ein schönes Blau. Ein schönes Meeresblau. Knudler. Gelb. Der hat aber Wasser drin. Den kann ich eins vor die Backen pfeifen. Wäre bestimmt jetzt schlau, irgendwas zu wechseln und gut zu wechseln und sinnvoll zu wechseln, aber der bringt mich ja Das ist ein Eisstrahl. Das kann nicht sein, dass der schon wieder Knudler voll hat. Doch, er hat eine voll. Der hat mich umgebracht damit. Dann kann ich es jetzt auch sein lassen. Ich würde sagen, das ist schlau, wenn ich jetzt rauswechsel. Weil der kann ja an meinem nicht so viel rummachen. Vielleicht sollte ich jetzt doch alles mitnehmen und sammeln. Er macht halt einfach keinen Schaden. Er macht einfach keinen Schaden. Das ist... Das kannst du keinem erzählen. Eisstrahl 1. Okay. Willst du vielleicht mal wechseln? Soll ich nochmal was anderes machen? Weil Reiser jetzt... War da gerade ein Drachensymbol dran? Jetzt darf ich wenigstens mal einen Move machen. Sehr effektiv. Okay. Nö. Wasser. Genau. So. Weil Reiser. So. Geh weg. Dich hau ich jetzt aber so mit der Hand. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Warum lebt der denn noch? Der muss sterben. Und dann kann ich die Blitzkanone machen. Ich weiß nicht, was der macht. Was mit Eis? Kann doch gar nichts. Erdbeben. Wieso hat der Erdbeben... Einen verloren. Einen gewonnen. Einen verloren. Ihr wisst, was jetzt kommt. Und dann das Entscheidende, um es spannender zu machen, ob es drei Loses oder drei Wins sind. Das heißt, ich muss jetzt gewinnen, damit es spannender bleibt. Jetzt verliere ich es schon entschieden. Also, dann gibt es auch keine Pokémon-Belohnung mehr. Altaria ist wieder am Start. Ramm süß, vielleicht solltest du am Anfang nicht immer, äh... Ach, mach einfach, was du denkst. Genau, so sage ich es den Leuten auch immer. Bevor es zu kompliziert wird, die müssen sich selbst entwickeln. Den kann man nicht hier... Du sollst sie ja nicht nachbauen. Die müssen... Die müssen ja... Er macht schon wieder so viel Schaden bei mir. Und er greift nicht mal an mit seinen Moves. Er macht halt einfach voll. Und hat dann gleich fünfmal seinen Moves. Und ich hab den trotzdem nur einmal. Weil seine laden sich ja natürlich im Hintergrund immer auf. Er ist ja was Besseres. Und deswegen macht er das so. Jetzt wechselt er raus auf... Das ist auch Meditalis. Der will mich doch verarschen. Ich hab so schön das gerade alles gemacht. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich gegen das Meditalis machen soll. Aus... Aus Schreck. Habe ich jetzt einfach hier drauf gedrückt. Was total sinnlos ist. Aber egal. Ich bleibe jetzt hier, bis ich sterbe. Und dann hole ich mir das Azumarill rein. Und dann hat er immer noch seine fliegende Gulaschkanone da oben rumhängen. Yo. Tod. Aber ich habe noch zwei Schilde. So. Eis. Psycho. Kampf. Eigentlich. Kann mich doch jetzt nix. Greifen. Boah. Jetzt hör aber auf. Dein blödes Psychozeug. Ist doch mehr als ich dachte. Das lassen wir jetzt mal hier. Er hat halt einfach keine Schilde mehr. Das muss doch ein Sieg. Das muss doch ein Sieg sein. Hol den Vogel zurück. Altaria hat halt einfach immer noch voll. Ich bin... Ich dachte, habe ich nicht das Schild... Oh. Und jetzt nimmt das jetzt... Habe ich bei Altaria denn nicht das Schild genommen eben gerade? Wollte ich sagen... Nein. Da kriegt das volle Breitseite ab. Dann wechselst du raus. Willst angreifen. Drückst aber dann auf das Schild. Weil der direkt seinen Move macht. Ja. Jetzt hätte ich kein Schild gebraucht. Jetzt wollte ich auch kein Schild. Ich wollte bei Azumarill das Schild. Dass der noch mehr Energie übrig hat. Und das passt. Dann wollte ich hier meine Blitzkanone voll machen. Den hauen. Und dass ich dann eben... Noch ein starkes, großes Azumarill übrig habe. Nicht wie jetzt hier. Weil der kommt jetzt zurück. Er hat plötzlich natürlich auch Registil. Ja. Was willst du da machen? Jetzt musst du gucken, dass du Fokusstoß zuerst machst. Und dann noch rauswechselst auf das andere. Was nicht geht. Was aber auch weniger Energie hat. Und dann eigentlich zu nichts führt. Batsch. Bisschen was ist da. Obwohl gut. Er greift ja jetzt erstmal an. Selbst wenn ich stehe. Braucht er ja erstmal wieder drei Jahre. Um seinen Move voll zu machen. Vielleicht habe ich in der Zeit irgendwie hier schnell irgendwas voll. Irgendwas. Komm Knuddler ist er fertig. Ich muss auf Knuddler gehen. Ist nicht die feine englische Art. Aber ich gehe jetzt einfach auf Knuddler. Hoffe, dass das reicht. Und trotzdem ein bisschen Schaden macht. Es hat ein bisschen Schaden gemacht. Habe ich nicht gesagt. Den gewinne ich. Jetzt steht es nämlich 2 zu 2. Wir brauchen das entscheidende Match. Das entscheidende Siegermatch. Und wenn ich noch einen gewinnen würde. Hätte ich genau 1111. Das heißt. Wir müssen den jetzt gewinnen. Damit es 3 zu 2 steht. Damit es die Pokémon Belohnung gibt. Und damit es 1-1-1-1 auf der Medaille hat zu stehen. Es ist 23 Uhr 1. Night. Night at Night. Tromborg. Da weiß ich jetzt auch wieder nicht. Da sind wir vorhin auch auf Eis gegangen. Glaube ich. Auf Eis. Auf Eis. Wenn ich gewechselt auf Azumarill. Irgendwas. Der hat. Oder hat er auf jeden Fall gesessen. Das ist sehr gut. Der bringt mich um. Ich muss mal schilden. Denn der schildert jetzt ja bestimmt auch. Wenn ich dasselbe nochmal mache. Dann wird das jetzt. Das passt. Oder? Ne. Er macht den Move gleich nochmal. Ich schildere nochmal. Er hat gleich 2 Schilde mit einmal weggenommen. Mann. Samenbomben. Und die hätten wahrscheinlich noch nicht mal was gemacht. Jetzt wechselt der raus. Und geht auf Lundschlik. Wechselt doch nicht auf Lundschlik. Eis. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken nach dem Typ. Da ist Stahl drin. Super. Da kann ich ja jetzt mal hier mit Steigerungshieb angreifen. Ich brauche eigentlich nur einen Pokémon. Wer sowieso nicht wechselt und hin und her macht. Also dem reicht ja auch ein Pokémon. Machen wir uns ja nichts vor. Sehr effektiv. Wir haben immer noch beide Schilde übrig. Ich bin am Arsch. Wie Beine. Guck dir das an. Erdbeben. Weg. So. Der ist Boden. Also Wasser. Und Stare. Der hat keine Stare-Moves. Glaube ich. Deswegen machen wir jetzt diesen. Er kommt mit seinem Trombok wieder rein. Und denkt dann, er kann hier einen auf Grasbüschel machen. Und dann kriegt er den Knuddler. Er macht den Erdbeben. Den kann er ruhig machen. Du stirbst einmal. Und jetzt den Knuddler. Egal was reinkommt. Egal wen er nimmt. Knuddler. Trombok. Herr Geist gegen Riggi Pups. Ist er auch wieder nicht. Er hat trotzdem noch ein bisschen was da. Wir machen ein bisschen Schaden. Wir hätten jetzt fast den Knuddler voll gehabt. Er kommt natürlich vorher mit. Mit. Samenbomben. Wir sind tot. Haben wir jetzt noch irgendwas da. Ich muss den so runterkriegen. Ohne irgendwas. Und dann einen Move machen. Am besten Blitzkanone. Um sein Schild rauszulocken. Und mit dem letzten irgendwelchen Ausweichmoves noch irgendwo anders drauf zu kommen. Och Mann. Jetzt hat er auch noch. Jetzt willst du natürlich hier Kampf machen. Aber er hat noch ein Schild. Danach hast du keinen Angriff mehr. Und dann ist alles aus. Was. Was war. Fokus Stoß. Zack. Kannst du aufgeben. Kannst du aufgeben. Lass mich mal einmal noch einen Fokus Stoß machen. Mann. Du hast doch eh noch deinen Trombok da. Hättest du aber zeigen können jetzt was passiert. Hättest du mal spannender machen können. Als mich einfach zu besiegen. Ist das eine Gurke oder? Habt ihr schon mal eine Gurke gesehen? Gut gekämpft. Der Herr. So. Geh mal raus. Steigern uns auf Rang 4. 960. Ja. Das muss jetzt reichen. Denn. Wir sehen jetzt. Was haben wir bisher gemacht? 15 Kämpfe. Und 11 Siege. Mir ist das eigentlich immer wichtig. Dass ich über den 50% bleibe. Also wenn ich jetzt 10 Kämpfe habe. Und nur 2 Siege. Schlecht. Wenn ich 10 Kämpfe habe. Und 6 Siege. Super. Und bei 15. 11. Das heißt ich habe nur 4 verloren. Ist auch gar nicht so schlecht. Wenn ihr das seht. Bei dem letzten. 131 Siege. Das Doppelte wären 260. Ich habe aber nur 214 Kämpfe gemacht. Das heißt ich habe deutlich mehr gewonnen. Als ich verloren habe. Und das. Ist immer sehr gut. Habe sogar schon 5.160 Staubwitz verdient. So. Was ist euer Team? In der Superliga. Was spielt ihr momentan? Habt ihr Bock auf GBL? Ich raste komplett aus. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Die Düde wird in die Luft geschossen. Wie ihr feiert. So. Das war es jetzt. Ramses Minus. Aus. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.